Herzlich Willkommen zu Kiro Packt Aus. Diesmal habe ich den lieben André und den lieben Sabster dabei. Lieben Beif. Hallo. Die? Ja. Alles klar. Wir packen heute die Shaman. Shaman. Wie ist die Collection Box von Pokémon aus? So cute. Echt geile Promo-Karte. Die sieht so nice aus. Ich liebe diese Karte. Die ist so verlieben. Egal. Fangen wir an, ne? Wir wollten ja den Inhalt wissen. Genau. Also selbst Leute, wenn ihr nicht Pokémon- und TCG-Fans seid, ich würde die Promo-Karten wünschen. Auf alle Fälle, die sind echt gut. Die sehen einfach geil aus. Ja. Oder die Pins. Solltet ihr sowas sammeln. Ja, hat man so Zeug ja mal gesammelt. Ja. Ja. Cold Cottle. Ich hab' alles vergessen. So, kommen wir hier mit der Probe-Karte an. Die Shaman. 70 KP. Und Rummerkuchen. Bei jedem, bei jedem deiner Pokémon 30 Eilen. Ist ja geil. Okay. Und was kann das andere? Äh, Zauberblatt. Wirf eine Münze bei Kopf mit dieser andere 40, äh, 20 weitere Schadensbrücke zu. Und halt 20 Schadensbrücke bei diesem Buch. Ja, ist nicht echt gut. Ja. Ja. Süßes, kleines IG-Pokémon. Okay, jetzt haben wir hier einer. Tortalk, dann hat dieser Floor. Tortalk, dieser Floor. Genau. Beste Kommentar. Äh, die anderen Leute spoilern, was drin ist. Allein das war Glück. Das war halt nicht nur Zufall. Und ich predigte, wir kriegen eine Evolution. Oh, Evolution. Tippe auf, äh, äh, warte, 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 Blitzer. Letzte Jax. Letzte Jax, tippe ich. Ich sag, es ist eine Vollart Lamara drin. Vollart Lamara. So. Fangen wir an mit Moina. Pokémon-Pandler. Keine Ahnung. Ich will das nicht vorlesen, einfach. Re-Vitalisierer. Eine Energie. Feuer. Ein Kleinstein. Ein Tamela. Ein Universe. Ein Chou. Also mehr, ne? Fond an der Denne. Und? Und? OP-Dreier. Ein OP-Dreier. Ein OP-Dreier. Mh, uah, 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 so nix. Da war aber nix. Hoffen wir, dass ein Proto-Proto drin ist. Genau. Bleibt da dran kleben. So, wir haben hier ein... Ziau. Ein Pokéball. Ein Snoopylican. Ein Nebulock. Was noch? Was noch? Krabi. Oh, Krabi. Energiepflanze. Reverse Doppel-Energie. Oh, die sieht gut aus. Die sieht cool aus. Alter, das sieht nice aus. Und? Flätter als Holo. Das ist ganz viele Viecher. Und? 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 Mega Bisaflor Jax. Nice. Das war kein Tortag, aber das ist auch nice. Hatte Kiro vorhin nicht was von Bisaflor gesagt? Kiro Spoilert, Kiro Spoilert. Die Spoilert. Das gibt's ja gar nicht. Sie spoilert hier. Aber der Mega Bisaflor ist echt cool. Sieht vor allem auch cool aus. Die Artworks sind mega nice. Wow. So, haben wir jetzt bei der Shaman Box die Promo Shaman. Die so knuffig ist. Und die Mega Bisaflor Jax. Für das Pflanzen-Ding. Pflanzen-Ding, juhu. Yay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.